Hallo, hier ist Martin, das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 29.09.2020 und zum Montag hat unser DAX hier alle Shorts abschütteln können. Also ich glaube noch nicht alle, da sind zu viele neue reingekommen, aber der hat auf jeden Fall mal hier ordentlich geschüttelt und sich weggedreht und nicht wundern, bei mir im Chart sind schon ein paar Pfeile, bei mir ist heute technisch einfach, das ging schon früh, von der ersten Minute vom Aufstehen an ging das los. Ich wollte gestern hier so schön die Videos fertig machen, die ich allen versprochen hatte. Dann war gestern schon nur Theater gewesen und hier und da und nicht fertig, den ganzen Tag noch gearbeitet, Montag. Montag dachte ich mir, okay, jetzt machst du es, so dann ging das früh schon weiter. Dann ist die Website nachmittag rum abgeraucht, deswegen wundern sie sich nicht, dass unsere Website momentan nicht geht. Das ist schon in Behebung, die Techniker sind da dran und jetzt habe ich auch noch mein Video eingesprochen. Das hat es nicht gespeichert. Heute ist echt der Wurm drin und ich denke, das ging auch einigem im DAX so. Ich habe mich gleich früh, als ich das gemerkt habe, hier ein bisschen auch zurückgehalten. Wir waren im Dienst, ja, nee, haben eigentlich gar nichts großartig drin gemacht. Der ist ja großteilig hier oben auch einfach zur Seite gelaufen, aber die meisten, die durften hier einfach Short gegen gestanden haben. Das Euwak-Sentiment, das war brutal auf Short gewesen, das heißt, es haben ganz viele neue Short-Positionen aufgebaut. Es wurden ja schon zum Freitag viele überrumpelt und waren nicht bereit, diese Short-Gewinne mitzunehmen. Wir haben bei uns im Chat einige gehabt, die dann geschrieben haben, sie schieben ihre Stops. Die haben die wahrscheinlich auch rausgenommen. Dann Aufwärtsgap und weiter, jetzt weitere Shorts dazu. Das ist ein Punkt, wo ich sage, wir hatten hier einen Pfeil drin, den habe ich, also der war schon drin hier. 700 hat man gesagt, wenn er über 700 geht, dann unterbricht er die Hoch-Tief-Folge, kann er weitermachen. Ich hatte hier unten einen Pfeil drin, den habe ich jetzt hier rausgelöst. Das ist natürlich jetzt doof, dass ich das, warten Sie mal kurz, das kriegen wir doch hier recken zu ihr. Das war die Ausgangslage gestern gewesen, beziehungsweise für den Montag. Ich hatte gesagt, vielleicht ein schöner Start, hier 6,65 rum, maximal halt, auf jeden Fall unter 700, bleiben unter 6,65, unter 6,40. Einfach hier kurz reinstechen und dann abwärts trudeln, so 4,40, so 4,70. Das war so ein bisschen meine Erwartungshaltung. Und das hat er ja direkt negiert, ja. Dann hat man hier gesagt, über 7,40 würde die Hoch-Tief-Folge brechen. Dann hätte er schon Chancen zur 8,30 und über 8,30 über dem letzten Hoch dann eben entsprechend Aufwärtspotenziale nach oben. Und das hat er soweit alles getan, hat gar nicht großartig nach unten Gelegenheit gegeben, überhaupt irgendwas bärisch zu interpretieren. Er hat relativ stark nach oben durchgedrückt, mehr Performance immer wieder auf den grünen Kerzen als auf den roten gehabt. Sie sehen das auch hier, das ist fast durchgängig grün durchgegangen, oben dann einfach nur seitwärts nach draußen. Er hat oben nicht mal ein tieferes Tief hingekriegt. Also, das ist schon eine starke Leistung gewesen und zeigt auch, wie viele in einen Short reingelegt haben. Das macht er sonst so nicht halt, ne. Da läuft er ganz anders, wenn die Leute alle mit sind und viel mehr Leute long drin haben als Short, dann macht er so eine Bewegung ganz, ganz anders. Ja, jetzt habe ich schon vorgezeichnet, wie gesagt, mir ist die Analyse abgeschmiert. Das läuft heute einfach nicht, das kann man gar nicht anders sagen. Ich habe hier jetzt schon ein bisschen vorgezeichnet. Und deswegen erkläre ich das kurz zu, da geht es vielleicht auch recht schnell. Meine Erwartungshaltung wäre, dass wir noch ein kleines Hoch drüber setzen, über das, was wir jetzt am Montag gemacht haben. Einfach aus dem Grund, zum Freitag hatte die Leute Short reingeloggt, schon viele aggressiv in den Short reingetrieben. Die waren einfach schrocken vor dieser Aufwärtsbewegung und dann hauen viele so instinktiv halt immer gerne dagegen, insbesondere Anfänger halt. Hauen dann instinktiv dagegen, weil einfach die Geduld nicht da ist, einfach diese Selbstdisziplin noch nicht da ist, um sich zu sagen, ich warte halt einfach auf eine perfekte Chance und die habe ich jetzt hier nicht, also warte ich länger. Das fehlte vielen. Und ja, so, dann sind die mit sehr viel Sicherheit wahrscheinlich sogar Short übers Wochenende gegangen, haben hier ein direktes Aufwärtsgepferd vor die Nase gesetzt bekommen. So, dann haben wir schon bei uns im Chat lesen dürfen, am Freitag, dass da Leute die Stops nicht akzeptieren wollten, also die Verluste nicht akzeptieren wollten. Was machen die? Die schieben die oder nehmen sie ganz raus? So, und dann kam jetzt zum Montag direkt Druck auf die Nerven. Das heißt, diejenigen haben wahrscheinlich sogar noch mal Short nachgekauft, vielleicht die Position, den Einstand zu verbilligen, zu vergünstigen. Und ja, und dann ging es relativ schnell und sowas, das macht der DAX halt einfach, wenn er mehr Futter auf der Oberseite hingelegt kriegt. Das holt er sich, so funktioniert die Börse, wenn die Privatanleger hier alle die gleiche Idee haben und das Futter einseitig präsentieren, dann läuft der Markt halt dorthin. So, holt er sich. Denn das Geld muss immer von den Kleinen zu den Großen. So, also müssen Instinkte ausgearbeitet werden und die funktionieren nur einmal so. So, so, das heißt, die sind hier rein, haben sich übers Wochenende eigentlich recht sicher damit gefühlt. Deswegen sind sie zum Montag drinnen geblieben und haben zum Montag jetzt aber ordentlich Stress auf die Kiste gekriegt. So, und dann geht das jetzt los, dass man jetzt natürlich anfängt zu realisieren, Scheiße, was habe ich jetzt hier gemacht? Wo kann er jetzt hier eigentlich hin? Und dann kann er hier natürlich ordentlich sich nach oben durchschieben halt, ne? So, und da sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir sagen müssen, ja, das ist noch ein Tagesmarsch und dann steht er hier oben an der Kante, ne? Zack, 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 das ist ein Tagesmarsch. Und wir könnten bei 13.51 stehen. So, und wenn er da oben steht, das dritte Mal oben an den Channel dran schlägt, dann ist der Ausbruch nicht mehr weit. Entweder macht er ihn direkt oder, was er viel lieber und gerne macht, weil es einfach auch dann besser klappt, ist nochmal ein schöner Zurücksetzer von hier oben. Der kann auch ein bisschen tiefer kommen, das wäre vollkommen legitim, um dann später oben rauszusteigen. Ja, also das macht der DAX sehr häufig. Wir haben das in letzter Zeit öfter mal gesehen, dass er es versucht hat, direkt von unten nach oben zu durchrennen. Das ist bisher immer mit Fehlausbrüchen einhergegangen. Also, ich glaube nicht, dass die das, dass die es nochmal probieren, weil sie es wissen, dass sie es wieder nicht hinkriegen, ne? Also werden sie ihn wahrscheinlich hier vorher irgendwo abdrehen lassen. Wichtige Punkte zum Abdrehen sind für mich bei 9.10. Wichtiger Punkt für mich zum Abdrehen... Wichtiger Punkt zum Abdrehen Nummer 2 für mich ist der Bereich um 13.013.20, hier wo der zweite Pfeil hingeht. Deswegen auch der Pfeil, eben weil ich sagen würde, okay, wenn die 9.10 nicht reagiert, 9.20, 9.10 nicht reagiert, dann gehe ich bestimmt hoch bis 13.000, 13.020. Dort wäre nochmal ein Punkt, um wegzudrehen. Und wenn der nicht kommt, dann eben hier oben die Zone um 13.110, wo das offene Skept noch hier liegt und die obere Channelkante um aktuell ca. 13.140. So, das sind so die drei Punkte, wo ich mit deutlicher Reaktion zum Dienstag rechne. Wie gesagt, die 9.10 würde mir vielleicht schon ausreichen, wenn er die zum Vormittag schön reinbringt. Und dann muss er sich nach unten strecken. Also dann muss er sich wirklich schön strecken, schön nach unten rausarbeiten, lange rote Kerzen bringen, um sich hier wieder entsprechende Potenziale aufrechtzuerhalten. 12.800 wäre so ein erstes Ziel und auch eine gute Unterstützung und geht da tiefer als 12.800. Wir hätten hier noch so die 12.750 rum, aber ich würde es da rauslassen. Ich würde ihn eher so um 12.700 dann sehen. Das ist eine gute Unterstützung, aber was unser DAX viel lieber macht, ist einfach immer dieses Gap-Kloß antäuschen und dann aber kurz vorm Gap drehen. Das macht es so oft. Ich würde es jetzt hier einfach mal so anzeichnen und das wäre dann mein zweites Ziel unten, mein drittes Ziel unten. Also so 12.800, wenn er wegdreht, aber dann muss er wirklich lange rote Kerzen bringen. Von 12.800 kann er schon wieder ansteigen. Geht aber tiefer, dann die 12.700 oder die 12.640. Das wäre für einen Dienstag, auch für einen Turnaround, sag ich mal, für einen Turnaround-Tuesday ein schönes Programm. Ja, so und ansonsten oben haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Das haben wir ja gestern eigentlich schon ausführlich auch gemacht. Wie verhält sich der DAX zu unserem Channel? Wichtig ist vielleicht noch diese kleine Nebenbotschaft. Wir hatten ja hier auch so einen Knick, glaube ich, drin in unserem Fall. Der schafft es halt in der Regel nicht direkt. Da kriegt es nicht hin. Er braucht vorher nochmal einen kleinen Rücklauf. So, das heißt, das wären so oben raus meine Szenarien. Mag alles ein bisschen anders klingen als gestern. Gestern war ich ultra-negativ noch gestimmt. Habe Ihnen davon erzählt, wie denn hier die fallenden Tiefs sind und wie abwärts das denn noch ist und dass er gut nach unten gehen kann. Heute erzähle ich Ihnen alles nach oben. Muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Da ist wirklich bloß ein Tag dazwischen. Ich bin auch selber ultra-vorsichtig. Ich habe hier zum Beispiel selber auch keine Longs gekauft in dem Bereich, weil ich mir einfach gesagt habe, ich will das halt einfach erstmal sehen. Und im Zweifel warte ich halt einfach noch. Also ich persönlich habe gar kein Problem damit, auch bis hier oben zu warten. Durch diesen Abwärtstrend, was es ja letztendlich ist, auch wenn es eine Flak ist, bis der bricht und dann da drüber dann halt noch Longs zu suchen. Das klappt dann auch noch. Die laufen dann auch noch an, selbst wenn er direkt durchgeht. Das kriegt er schon hin. Da kriegt man hier auch noch Punkte raus. 4,50, 13.800. Als Trader muss es ihnen egal sein, wo sie Strecke traden. Sie müssen sich davon lösen, dass sie immer überall dabei sein müssen. Das ist nicht gut. Denken Sie an, dass sie am Seite stehen mit einem Messer in der Hand. Das hilft vielmehr, da eben ein bisschen die Kontrolle drüber zu bewahren, dass man eben nicht immer nur überrollt wird. So. Ja, und wenn er ein Turnaround bringt, ich möchte das ein bisschen anzweifeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er kommt, weil einfach viel zu viele Shorts drin sitzen. Ähm, wenn dann wird es irgendwas Schmutziges. Also, mich würde das nicht wundern, wenn er ein Turnaround nach unten antäuscht und dann aber mit hier wieder in dem Bereich oder gar höher sogar an den Tag steht. Das würde mich nicht wundern. Das würde richtig gut auf Sentiment passen. Und hier sind alle brutal Short gewesen halt. Da haben alle nur Shorts gesucht. Ganz wenige nur, die da Long gearbeitet haben. Ganz, 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 ganz wenige. Die meisten haben Shorts gesucht. Ja, so. Das heißt, die suchen dann nämlich jetzt Long, wenn er anfängt zu fallen, aber stehen halt denen entgegen, die ja alle noch offene Position drin haben. So, und das wird, das wird interessant. Also, ich könnte mir das gut vorstellen. 12,800, antäuschend, 12,75 oder so. Und erst mal wieder hoch. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber wir gucken mal. Da müssen wir ein bisschen im Tag. Wichtig sind, rote Kerzen, lange rote Kerzen brauchen nach unten, solange die langen roten Kerzen nicht nach unten kommen. Geht da weiter. Geht da aufwärts. Und kann sich hochschieben. Gut. Dann würde ich sie auch hier nicht länger auf die Folter spannen. Wir können auch kurz in den Tag gucken. Im Tagesschart haben wir hier ein deutliches Auftreten zu sehen. Auch eine Storastik, die dreht jetzt hier gut nach oben. Wir haben eine potente grüne Kerze drin. Da gibt es erstmal nicht viel Grund anzuzweifeln. Interessant ist, wo er gebremst hat. Das ist nämlich das Pullback-Niveau vom Keilbruch. Auf dem hat er sich jetzt hier seitwärts doch schwerer getan. Wir haben deutlich Fahrt rausgenommen. Pullbacks auf Keile sind immer horizontal. Das kann durchaus sein. Aber um da jetzt mitzuspielen, muss er eigentlich den Montag komplett umdrehen. Zum Dienstag. Der muss den kompletten Tag umdrehen. Das heißt, Tagesstoß unter 6,50. Das wird nicht hinkriegen. Dafür sind die Leute zu viel Short. Also müssen wir bis zum Alternative B. Und die ist halt auf grüne Kerze, voll grüne Kerze. Und damit wäre Platz bis mittleres Bullinger-Band um die 13.000 hier. Da wäre er dann auch nochmal richtig ran an die Keilkante. Und wenn er da durchgeht, ist dann die 13.100 hier erstmal das nächste Ziel. Erstmal. Und dann sehen Sie auch das, was ich in einem 2-Stunden-Chart vor uns erklärt habe. Da drüber ist dann auch noch genug Luft, um später nochmal irgendwie was zu probieren. Also da muss man nicht verfrüht die... Ja, da ist noch Platz. Also da kann man ruhig noch ein bisschen... Man muss nichts überschotzen halt einfach. Man bewegt sich morgen auch noch. Und wenn er steigt, wird das nicht der letzte Tag gewesen sein. Da muss man auch auf Long-Seite nicht Panik bekommen. Und auf Short-Seite halt einfach ein bisschen Vernunft walten lassen. Lieber Shorten, wenn er dann wieder die roten Kerzen liefert. Und solange hier nur grünes Zeug rumspuckt lassen sind halt. Oder gehen sie halt Long mit, ne. Da dagegen zu hauen, macht dann auch keinen Spaß, wenn man das nur ewig aussetzt. Wo man gegenhauen probieren könnte, wären wie gesagt diese drei Bereiche hier. Und da kann man aber auch durchaus eine erste Signalkerze in die richtige Richtung abwarten. Und sich dann im Anschluss einfach nur anschließen. Ja. Gut. Ich mache damit zu. Wünsche Ihnen viel Erfolg, gutes Gelingen. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Schnell questions. Ver Navidad. Vielen Dank.